Hallo, wir sind heute im Park in Berlin City West. Das ist in der Nähe von Charlottenburg und Zollondamm gelegen. Ich bin hier für eine Nacht und schauen wir uns mal das Zimmer ein bisschen näher an. Wir beginnen gleich mal links, da geht es nämlich ins Badezimmer. Waschbecken und Spiegel vorhanden. Bad mit Badewanne. Allerdings auch mit Textilduschvorhang. Etwas, das ich absolut nicht mag. Es ist einfach eklig, unhygienisch. Sollte eigentlich heutzutage in keinem Hotel mehr zu finden sein, aber man sieht ja, es ist doch noch der Fall. Dusche ist ja auch enthalten. Man sieht aber auch, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dass die Badfliesen dazwischen, das ist doch schon ein bisschen in den Spalten schmutzig, dreckig. Es ist ein bisschen runtergekommen. Die letzte Badrenovierung scheint schon eine ganze Weile her gewesen zu sein. Zurück ins Zimmer. Normale Größe, Standardgröße so ca. 18-20 Quadratmeter in das gesamte Zimmer. Bett ohne durchgehende Matratze mag ich nicht so sehr, aber okay. Auch hier sieht man aber, ich weiß nicht, ob es so richtig rüberkommt, doch schmutzige Tapete. Hat sich auch schon länger wahrscheinlich keiner mehr darum gekümmert, mal zu renovieren. Man sieht auch die Einrichtung des Zimmers. Es spricht nicht so ganz dem aktuellen Zeitgeist mehr. Hier hat man auch schon vor längerem nicht mehr renoviert. Schreibtisch vorhanden, Fernseher vorhanden, Steckdosen, bisschen versteckt und hier oben rein und einer ist noch hinterm O2, einer ist noch frei hinter der Lampe. Aber man sieht auch, es gibt auch Steckdosen am Bett. Das Zimmer ist klimatisiert. Upgrade gab es für mich trotz Status bei der Hotelkette nicht, weil das Hotel ausgebucht war, auch sonst gab es keinerlei Statusvorteile. Ja, das Zimmer liegt da hinten raus, zum Hof. Vorne ist eine Straße, wo doch ein bisschen mehr Verkehr manchmal ist. Ansonsten dürfte es recht ruhig hier sein. Dahinter ist zwar ein Spielplatz, der gehört wohl zu einer Schule, aber ich bin ja nun an einem Wochenende hier und da ist da morgens früh dann auch Ruhe. Gezahlt habe ich um die 48 Euro ohne Frühstück. Ja, kann man machen, aber ich denke mal, es gibt hier in Berlin auch in dieser Preisklasse schönere Hotels.